Die Soziale Wählergemeinschaft, die Sozialdemokraten, die Christdemokraten, die Freien Demokraten sowie die beiden Kirchengemeinden haben deswegen ein Bündnis Hasselrot ist kein Königreich zusammengefunden und möchten heute friedlich ihren Unmut über die geplanten Vorhaben der Rechtsbürgerzähne kundtun. Danke lieber Sigi, dass du die Ausgabe des Versammlungsleiters übernommen hast. Liebe Hasselroterinnen und Hasselroter, liebe aus der Umgebung, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, seit Sonntagabend, 1. Mai ist die Welt in Hasselrot nicht mehr so wie es war. Auch hier gibt es das eine oder andere, wo wir sagen, ja das müsste besser sein, das müsste besser sein, aber ich kenne kein besseres politisches System als das, was wir in der Bundesrepublik Deutschland haben. Und wir sehen noch eins, wir sehen noch eins, wo wir diktatorische Systeme haben, wo wir autokratische Systeme haben, autoritäre Systeme haben. Einfach nur mal heute Blick nach Russland. Heute Blick nach Russland, was dort am Ende passiert, was dort mit Menschen passiert, die auf die Straße gehen, ihre freie Meinung äußerung, sowas möchte ich in Deutschland nie, nie wieder erleben. Und das ist der zweite Punkt, der uns heute in der Bundesrepublik zusammenführt. Und wir sehen, wir werden eins tun, wir sehen, wir werden eins tun, hier heute in Hasselrot und egal wo solches versucht wird, wie der Main-Kinzig-Kreis aufzubauen, werden wir hinter der Region zusammenstehen, parteiübergreifend, klare Kante zeigen, weil wir wollen eins, ganz klar, wie hole ich mich abschließend nochmal, wir wollen schon diesen Bestrebungen in den Anfängen begegnen. Vielen Dank, dass ihr da seid. Vielen Dank, dass ihr da seid. Vielen Dank.